Herat ist eine Stadt im westlichen Afghanistan im Tal des Hari Erudé. Sie ist die Hauptstadt der Provinz Herat und die drittgrößte Stadt des Landes nach Kabul und Kandahar. Der Großteil der 477.500 Einwohner besteht aus Tatschiken. Geografie Herat ist eine alte Stadt mit vielen historischen Bauwerken, obwohl diese unter den militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte litten. Die meisten Gebäude sind aus Lehmziegeln erbaut. Die kürzlich wieder aufgebaute Zitadelle von Herat, die unter Alexander dem Großen errichtet wurde, beherrscht die Ansicht der Stadt. Im 15. bis 17. Jahrhundert wurde Herat auch als das Florenz Asiens bezeichnet. Die Stadt hat eine günstige Lage an den Handelsrouten zwischen Iran, Indien, der Volksrepublik China und Europa. Die Straßen nach Turkmenistan und in den Iran sind noch immer von strategischer Bedeutung. Im Jahr 2007 haben der Iran und Afghanistan vereinbart, eine Eisenbahnlinie aus dem Iran nach Herat zu bauen. Die Temperaturen schwanken im Winter zwischen 5 und 10 Grad Celsius und liegen im Sommer um 30 Grad Celsius. Geschichte Der iranische Stamm Aria, altpersisch Haraiwada, altgriechisch Atakowana, siedelte um 800 v. chr. In der Oase Hera, Atakowana war die Hauptstadt der Region Aria und der gleichnamigen persischen Satrapi. Alexander der Große eroberte die Stadt 330 v. chr. und baute sie unter dem Namen Alexandria in Aria zu einem militärischen Stützpunkt aus. In dieser Zeit entstand die berühmte Zitadelle der Stadt. Die Region um Herat wurde nach dem Fall der Seelöketen von den einheimischen Patern erobert. Von hier aus begann die Gründung des mächtigen Pater Imperiums. Mit dem Fall der persischen Sassaniden wurde Herat Teil des muslimischen Kalifats. Die Samaniden erhoben Herat später zu einer Residenzstadt und entwickelten sie zu einem Zentrum der persischen Kunst, Kultur und Literatur. Um 1000 n. chr. eroberten die türkischen Gasnaviden die Stadt und ca. 1100 die Seltschuken. Ab 1175 herrschten hier die einheimischen Guriden, bevor die Stadt 1215 an die Choresmschars fiel. In dieser Zeit war Herat ein wichtiges Zentrum der Herstellung von Metallwaren, besonders Bronze, die oft mit kunstvollen Einlegearbeiten aus wertvollen Metallen verziert wurden. 1221 eroberten die Mongolen unter Genghis Khan Herat und zerstörten es. Im Jahre 1245 wurde die Stadt an die Katiden vergeben. Timur Lang zerstörte Herat um 1381. Unter seinem Sohn Scharuch wurde es wieder aufgebaut und zur Hauptstadt Khorazans und des Timuridenreiches. Erklärt. Scharuchs Frau Gauhashat errichtete Jeru. Ah, den Musala-Komplex mit seinen zum Teil noch heute stehenden Minaretten. Die Uzbekken eroberten Herat 1507. Nur wenige Jahre später wurde die Stadt von Ismail Safavi eingenommen. Herat wurde wieder Teil von Persien und blieb bis zur Eroberung durch die Afghanen eine der wichtigsten Städte der Safaviden in Khorazan. Zwischen 1718 und 1880 gab es viele Schlachten um Herat. 1749 eroberte der Patun Ahmad Shah Durrani Herat von dem Peser und vereinigte die Städte Kandahar und Kabul zu seinem neuen afghanischen Reich. Um 1800 begannen Machtkämpfe zwischen den beiden herrschenden Clans der Duranes, die 1819 faktisch ein autonomes Emirat unter der einen Dynastielinie zur Folge hatten. Besitzansprüche der Perser führten im Lauf des 19. Jahrhunderts zu mehreren Schlachten um die Stadt, die 1852 und 1856 von Perser besetzt und zu großen Teilen zerstört wurde. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann The Great Game, das politische Schachspiel der beiden europäischen Kolonialmächte Russland und Großbritannien um Zentralasien. Der Konflikt endete 1887 und mit Afghanistan entstand eine Pufferzone zwischen Russland und Britisch-Indien, die gleichzeitig die Unabhängigkeit Persiens und Afghanistans versicherte. Im Jahr 1837 belagerte die persische Armee Mohammed Shah Herat. Der zufällig in Herat anwesende britische Artillerieoffizier Eldred Pottinger bot dem Emir von Herat seine Dienste an. Ihm wurde die Verteidigung übertragen und es gelang, die Stadt zu halten. Der russische Botschafter Graf Simonitsch übernahm das Kommando über die persische Armee. Daraufhin landeten britische Truppen am Persischen Golf. Dies hatte zur Folge, dass sich die persischen Truppen zurückzogen und sowohl Simonitsch als auch Witkewitsch nach Russland zurückbeordert wurden. Diese Situation führte schließlich zum Ersten Anglo-Afghanischen Krieg. 1863 wurde Herat von Dost-Mohamed, dem Begründer der Baraksai-Dynastie, eingenommen. 1879 unterstellte sein Enkel Mohammed Jakob Khan Emir Afghanistans aus Herat das Land der britischen Kontrolle. Erst mit Abdur Rahman Khan, der von 1880 bis 1901 regierte, kam es zu einer Periode relativer politischer Stabilität und kulturellen Wiederbelebung. Die ausgeprägte Musiksthene in Herat war zu dieser Zeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts persisch. Im Unterschied zu der von Indien beeinflussten Musik Kabuls. Schon vor der sowjetischen Invasion Afghanistans Ende 1979 gab es eine umfangreiche Präsenz von sowjetischen Beratern mit ihren Familien in Herat. Vom 10. bis zum 20. März 1979 meuterte die Armee in der Stadt Unterführung von Ismail Khan und 350 Sowjetbürger wurden getötet. Die Sowjets bombardierten die Stadt, was zu umfangreichen Zerstörungen und zu tausenden Toten führte, und eroberten die Stadt mit Panzern und Fallschirmjägern zurück. Ismail Khan wurde Mujahidenkommandeur und nach dem Abzug der Sowjets Gouverneur von Herat. 1995 eroberten die Taliban Herat. In dieser Zeit entstand das geheime Frauen-College Goldene-Nadel-Nähschule. Am 12. November 2001 fiel Herat an die Nordallianz und Ismail Khan kam in der Region wieder an die Macht. Im Jahre 2004 setzte Hamid Khazai Ismail Khan ab und ernannte Said Mohamed Keir Kovat zum neuen Gouverneur. Kurz danach rebellierten die Einwohner Herat, da sie mit der Entscheidung Khazais nicht einverstanden waren. Verkehr Der Flughafen Herat liegt 10 Kilometer südöstlich an der Straße nach Ferre. Fluglinien wie Ariana Afghan Airlines, Kameer, Parme Airways fliegen ihn an. Seit Juli 2006 ist eine Eisenbahnlinie von Mashhad, Iran in Bau. Während die Arbeiten auf iranischer Seite weit fortgeschritten sind, steht auf afghanischem Territorium die Konstruktion 2010 offenbar noch aus. Wirtschaft Banken Afghanistan International Bank Arian Bank Assisi Bank Bank Emilie Alphala Bank LTD Export Promotion Bank The First Micro Finance Bank Habib Bank of Pakistan Kabul Bank National Bank of Pakistan Pashtani Teyarati Bank Punjab National Bank India Standard Chartered Bank Punkt 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 Bildung und Forschung In Herat wird zurzeit die Universität im nördlichen Teil der Stadt aufgebaut. Trotz der Aufbauarbeiten findet der Lehrbetrieb in den schon errichteten Gebäuden statt. Es gibt derzeit zehn Fakultäten. Agrarwirtschaft Naturwissenschaften Bildungs- und Erziehungswissenschaften Wirtschaftswissenschaften Ingenieurswissenschaften Bildenden Künste Islamische Studien Literaturwissenschaften Jura- und Politikwissenschaften Informatik Kultur Herat war lange Zeit ein Zentrum der persisch-muslimischen Kulturwelt. Besonders bekannt ist die Stadt für ihre bedeutende Kunst- und Literaturtradition. Einer der bekanntesten Dichter Persiens, Jami, der gleichzeitig als der letzte bedeutende Sufi-Meister des Mittelalters gilt, war aus Herat. Auch der Halveti und der Tchetti-Sufi-Orden wurden in Herat gegründet. Eine weitere Berühmtheit der Stadt war Ustad Gamal-Udedin Besat, der bedeutendste Vertreter der persisch-muslimischen Miniaturmalerei. Herat ist zudem für seine Hand geknüpften Perser-Teppiche bekannt. Der Herat-Steel gehört zu den teuersten und bekanntesten seiner Art. Bis zum Zerfall des Safaviden-Reichs war Herat damals auch bekannt als Perle Persiens, die zweitgrößte Stadt des Königreichs und die wichtigste Metropole im Osten Persiens. Bedeutende Personen aus und in Herat. Ismail Khan, Freiheitskämpfer und Politiker. Gauharschad, Ehefrau des timuridischen Sultan Scharuch. Abbas, der große Schar Persiens aus der Dynastie der Safaviden. Kahawaya Abdullah Ansari, persischer Sufi-Dichter. Latif Nazimi, persischer Dichter und Literaturwissenschaftler. Chami, persischer Sufi-Meister und klassischer Dichter. Ustad Gamal-Udedin Besat, persischer Miniaturmaler. Mir Ali Shenevii, Chagatai, türkischer Dichter, Politiker und Bauherr. Mir Vaisadik, afghanischer Politiker. Nadja Anjoumen, afghanische Dichterin. Rangindad Fa-Spantha, ehemaliger afghanischer Außenminister. Cebulon Semintov, afghanischer Geschäftsmann. Meschel, Minitateur, Künstler der Spitz-Arzen-Tradition. Amir Jan Saburi, Musiker. Punkt, 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 Punkt.